herzlich willkommen zum workshop wissenschaftliches arbeiten und schreiben mit chat gpt ein kritischer einblick mit übungen mein name ist huberta weigl ich lebe und arbeite in wien hier habe ich vor inzwischen zwölf jahren die schreibwerkstatt gegründet und unterstütze studierende beim wissenschaftlichen arbeiten und schreiben ich mache das vor dem hintergrund von selbst zwei abgeschlossenen studien samt einer promotion sehr viel publikationserfahrung als wissenschaftlerin zehn jahren arbeit als assistentin an der universität wien und inzwischen zwölf jahren arbeit als coach für wissenschaftliches arbeiten und schreiben in der schreibwerkstatt biete ich workshops an schreibgruppen und coachings ich unterstütze studierende unterstütze dich damit du deine arbeit selbst schreiben kannst vielleicht demnächst auch unterstützt mit chat gpt und künstliche intelligenz wir werden sehen wie die entwicklung weitergeht dazu dann gleich mehr wenn du es nicht eh schon nutzt und begleitet dich auf dem weg diese arbeiten zu schreiben diese arbeit zu schreiben egal welche hindernisse sich da so alle zeigen ok worum geht es in dem video das du jetzt hier heute siehst also wir haben ganz wichtig heute ist der dritte september 2023 gpt und künstliche intelligenz sind so in einem rasanten wandel und entwicklungsprozess dass es wichtig ist das datum dazu zu sagen ich nehme jetzt einen workshop auf den ich live am 31 august gehalten habe da waren alle teilnehmer innen mit video dabei und wir haben uns miteinander ausgetauscht und ich nehme jetzt diesen workshop alleine vor dem pc sitzend auf ohne teilnehmerinnen die dann auch nicht eben im bild zu sehen sind die praktischen übungen die wir in dem workshop gemacht haben werde ich hier werde ich hier etwas verkürzt vorstellen ich lade dich aber ein das video an den einzelnen stellen zu stoppen und die übungen zu machen wenn du vor allem wenn du noch nicht wirklich gut mit künstlicher intelligenz und chat gpt vertraut bist genau jetzt werde ich mal meine powerpoint starten denn die brauchen wir jetzt ja wissenschaftliches arbeiten und schreiben mit chat gpt mir ist ganz wichtig dass es hier um einen kritischen einblick geht warum und wie werde ich dir gleich sagen ja ich habe eine facebook gruppe zum wissenschaftlichen arbeiten und schreiben und da habe ich vor einiger zeit gefragt wer von euch nutzt denn schon chat gpt und der großteil der studierenden in der gruppe also diejenigen die jetzt zumindest was angeklickt haben bei der umfrage haben gesagt nein nein habe ich noch nicht genutzt möglicherweise trauen sich auch aktuell diejenigen die es nutzen nicht es zu sagen was dann natürlich mit der situation an den hochschulen zu tun hat denn die haben zum teil noch gar nicht stellung bezogen ist es erlaubt ist es etwas verboten ist verboten ist es gibt eine studie die habe ich oben zitiert ich werde die ganzen links dann auch unten unter das video dazu posten auf youtube es gibt eine studie eine umfrage zwischen mai und juni 2023 mit 6306 ausgewerteten fragebögen auf die werde ich ein zweites mal im laufe dieses vortrags workshops zu sprechen kommen und da wurden studierende gefragt ich nutze kibasierte tools für das studium ja oder nein 63 prozent haben ja gesagt 37 prozent haben nein gesagt ich denke die tendenz wird sich in den nächsten monaten rasch ändern worum geht es in diesem workshop also der erste teil ist eine einführung in chat gpt wie gesagt der workshop der vortrag wendet sich an studierende du bist hier aber natürlich auch herzlich willkommen wenn du selbst lehrst manche haben auch diese doppelfunktion sie promovieren sind also noch studieren und unterrichten auch beim live workshop waren sehr viele studierende dabei aber auch ein paar lehrende also zunächst einmal geht es um die frage wo funktioniert eigentlich chat gpt was ist die datengrundlage wie sieht es aus mit datenschutz und einer ersten übung und danach geht es um chat gpt im hochschulkontext ist situation einsatzmöglichkeiten einsatzmöglichkeiten für schriftliche arbeiten passende prompt formulieren erkennen von texten die mit chat gpt geschrieben wurden mit chat gpt in die schreibblockade da haben wir im live workshop eine reflexionsübung gemacht in breakout rooms ich werde euch die ergebnisse da einfach kurz präsentieren und dann die zukunftsperspektiven gerade dieser letzte teil mit den zukunftsperspektiven liegt mir als wissenschaftlerin und coach sehr am herzen okay vorab das thema chat gpt löst bei vielen menschen eigentlich auch bei mir sowas wie alarm alarm aus jeder hat eine meinung dazu die meinungen sind sehr unterschiedlich es kann auch stress erzeugen soll ich es jetzt nutzen soll ich es nicht nutzen die mitarbeiter ihnen an unis und fachhochschulen sind im stress denn sie wissen nicht sollen wir es jetzt erlauben in welcher form und sie müssen sich jetzt vor allem also solche entscheidungsfindungsprozesse ich weiß dass von meiner arbeit als mitarbeiterin an der uni wien können extrem komplex sein denn auch innerhalb einer hochschule eines instituts sind sich natürlich längst nicht alle einer meinung wozu ich gerne einladen möchte ist ein bisschen entspannung ruhe rein zu bekommen denn das ganze was jetzt in gang gekommen ist durch den lounge durch die markteinführung von chat gpt ich möchte ermuntern ein bisschen entspannung rein zu bekommen denn wie gesagt das ganze ist ein prozess die dinge sind im wandel und vieles muss sich erst zurecht ruckeln ja kommen wir zur einführung wie funktioniert eigentlich chat gpt also chat gpt ist ein produkt des amerikanischen unternehmens open ei es wurde 2015 gegründet es ist angetreten eigentlich als open access kostenlos das anzubieten mittlerweile gibt es eine kostenlose und eine bezahlversion darauf werde ich zu sprechen kommen gpt bedeutet generative pre trained transformer das heißt das tool wurde vorab trainiert es hat geübt 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 und hat sich weiterentwickelt an einer riesigen menge von daten wichtig es generiert neue daten aufgrund von trainings daten es generiert daten nicht also es ist ein sprachmodell es erkennt auf welches wort folgt logischerweise das nächste wort und das ist etwas das ganz ganz wichtig ist wenn du studierst es ist ein sprachmodell das mit wahrscheinlichkeiten arbeitet aber es ist kein wissensmodell wir werden darauf zu sprechen kommen dann also es imitiert sprache auf der basis von berechnungen beziehungsweise wahrscheinlichkeiten es funktioniert in chat form also du gibst etwas ein und chat gpt antwortet dir du kannst auch etwas was du eingegeben hast nachher sagen ah das passt mir nicht sag mir doch mehr sag mir weniger sag mir anders das heißt du kannst chat gpt nachbessern auffordern dass es dir anders antwortet et cetera et cetera und es erweckt den anscheinend als würde man mit einem menschen kommunizieren aus diesem grund also ich bin immer höflich mit chat gpt weil ich es auch sonst bin und schreibe mir bitte würdest du 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 und interessant ist einfach den ton den wir mit chat gpt anschlagen so begegnet uns chat gpt auch also folgendes beispiel mal ihr könnt eingeben hier ein screenshot ich bin total unmotiviert ich komme mit meiner masterarbeit nicht voran was soll ich tun hast du einen tipp für mich das ist übrigens so das typische szenario mit dem studierende oft an mich herantreten also chat gpt sagt es tut mir leid zu hören dass du schwierigkeiten hast das schreiben einer masterarbeit kann oft überwältigend sein hier ist ein tipp der dir helfen könnte sagt ihr mikroziele sollst du setzen tagesziele schreib sessions statt stundenlang zu schreiben versuche kurze intensive schreib sessions von 25 minuten feiere kleine erfolge das sind richtig richtig gute tipps also chat gpt kann dich auch als ein coach unterstützen mit all diesen empfehlungen arbeiten wir arbeite ich intensiv in den schreibgruppen die zwischen einer woche und zwei bis drei monaten dauern wenn du da interessiert bist trag dich in den newsletter ein ja sagen wir mal schaust du das an klingt spannend a schreib sessions von 25 minuten pomodoro technik habe ich noch nie gehört will ich mehr wissen gibst du ein die pomodoro da habe ich mich vertippt das fehlt das oben die pomodoro technik funktioniert gut muss jetzt mal ganz kurz stoppen mal freigeben also die pomodoro technik klingt gut wie funktioniert die und dann erklärt er dir wie funktioniert die pomodoro technik stelle den timer auf 25 minuten nach fünf minuten pause in den schreibgruppen arbeiten wir immer 45 minuten machen 15 minuten pause übrigens also sehr vernünftige tipps das heißt chat gpt kann dich als eine art coach unterstützen es bietet die lösungsansätze die in universitären kontext in der regel von lehrenden eigentlich nicht thematisiert werden ausgenommen natürlich schreibzentren so ist die an hochschulen gibt wichtig ist chat gpt gibt keine vorgefertigten antworten jede antwort ist neu das war sehr interessant auch noch mal in dem workshop da waren über 40 studierende und auch lehrende dabei wir haben antworten chat gpt gemeinsam etwas gefragt und dann verglichen und wir hatten ganz verschiedene antworten die antworten waren zwar inhaltlich ähnlich aber das wording war jedes mal ein anderes wichtig chat gpt merkt sich die antworten innerhalb des austausches du kannst nachhaken und es ist auch sinnvoll entscheidend sind hier eben die eingaben die sogenannten prompt und jetzt möchte ich dir gerne mal ganz kurz live chat gpt zeigen dass ich eigentlich offen am bildschirm habe genau teile mal den bildschirm du siehst hier ich habe gerade die bezahlversion chat gpt 4 aber nehmen wir mal die chat gpt 35 das ist die kostenlose version und unten gebe ich ein ähm ich frage mich wie ich ein abstract schreiben soll was gehört da hinein schauen wir mal was uns chat gpt sagt und zack kommt das ergebnis er manches was ich jetzt hier beim überfliegen sehe finde ich jetzt nicht ganz optimal zum thema abstract schreiben ein auch einen blog artikel geschrieben aber zack 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 bekommst du hier eine antwort gehen wir wieder zu meiner ähm powerpoint das heißt entscheidend sind diese prompts wo ich jetzt geschrieben habe ich möchte ein abstract schreiben ähm kannst du mir da tipps geben wie man solche prompts formuliert werde ich gleich sagen äh hier nochmal das mit der promotoren technik genau wichtig chat gpt ähm ist limitiert aktuell du kannst circa 2000 wörter eingeben 14.000 zeichen inklusive leerzeichen das sind circa sechs manuskript zeiten die kannst du als prompt eingeben und etwa diese länge kann chat gpt auch ausspucken damit ist klar chat gpt kann keine masterarbeit keine uni arbeit schreiben das kann es auch selbst wenn es mehr ähm ähm textvolumen einmal ausspucken kann kann es das nicht ähm das heißt die eingabe eines sehr langen aufsatzes eines langen selbstgeschriebenen textes ist nicht möglich aber es gibt tools wie zum beispiel ähm chat splitter chat splitter chat splitter com das teilt dir den äh deinen text in kleinere portionen und von da aus kannst du es in chat gpt in den richtigen textumfang hinein kopieren äh wenn der text zu lang ist kommt die fehlermeldung die du da unten siehst die beste message du submitted was to learn genau sehr interessant finde ich dass chat gpt auch als app verfügbar ist ich liebe sprachnachrichten ich bin zwar die schreibwerkstatt aber ich liebe sprachnachrichten auch auf whatsapp das heißt am smartphone kannst du dann geht natürlich auch am pc aber am smartphone ist es besonders intuitiv kannst du auch prompt mir spracheingabe geben du kannst also auch chat gpt sagen in meinem kühlschrank es ist noch butter paradiser karotten zucchini außerdem habe ich noch manaschnitten und kartoffeln und sagt bitte was soll ich kochen und das wird dir wahrscheinlich eine hauptspeise und eine nachspeise verraten was du tun kannst chat gpt wurde im november 2022 veröffentlicht und hat uns alle mich inklusive wachgerüttelt würde ich sagen denn genau genommen ist künstliche intelligenz ja gar nicht neu es hat eine extrem gute markteinführung einen sehr guten lounge wenn man das nennt hingelegt denn nach fünf tagen gab es bereits über eine million anmeldungen nach zwei monaten 100 millionen keine ahnung wie viele es jetzt sind man könnte jetzt versucht sein zu denken ki künstliche intelligenz das ist einfach chat gpt alle wenn sie also fast alle auch an unis wenn jetzt gesprochen wird von künstlicher intelligenz immer dürfen wir chat gpt nutzen darf ich chat gpt nutzen müssen wir sollten wir studieren chat gpt nicht verbieten das ist eigentlich nicht ganz richtig aber es ist eben diesem sehr guten launch von chat gpt zu verdanken denn also in österreich sagen wir wenn wir einen klebstoff wollen sagen ah ich brauche einen uhu oder kannst du mir mal den uhu rüber geben auch wenn dort vielleicht ein brit stift liegt das heißt die marke wurde zum synonym für das produkt ein traum aus marketing sicht in deutschland sagt man meines wissens ich brauche ein taschentuch hast du mal ein tempo also ki ist scheinbar chat gpt tatsächlich gibt es viel viel mehr tools auch im akademischen kontext ich werde darauf zu sprechen kommen es gibt eine kostenpflichtige version und eine kostenlose version die kostenpflichtige version ist monatlich kündbar kostet 20 us dollar was etwa 18 euro entspricht sie läuft stabiler das war gut zu sehen bei meinem workshop denn zur prime time ich konnte meine bezahlversion nutzen manche studierende hatten probleme mit der kostenlosen version übrigens wenn du chat gpt ohne einen account anzulegen anzulegen mal nutzen möchtest dann google bitte nach chat gpt ohne anmeldung nutzen und du wirst auf ein zwei websites kommen wo das möglich ist die kostenpflichtige version reagiert schneller und ganz interessant ist und das macht es im augenblick auch wirklich interessant sind diese plugins die den funktionsumfang deutlich erweitern hier siehst du einen einblick also das ist du kannst aus dem was du da auf chat gpt was die chat gpt ausgespuckt hast pdfs generieren codes generieren was auch immer das heißt wenn du dich dafür interessierst kann es eine sinnvolle investition zu sein für einen monat chat gpt die bezahlversion zu nehmen und auszuprobieren ich mache das so dass ich immer wenn ich so ein tool nehme kaum habe ich es genommen gleich kündige dann brauche ich dann läuft das auch nicht weiter und ich tappe da nicht in diese ewige verlängerungs geschichte stoppe mal die freigabe und gehe mal kurz in meinen chat gpt account ich gehe oben links ist chat gpt 35 das ist kostenlos chat gpt 4 ist die perzialversion und da gibt es eben diese plugins die ich hier installieren kann und dann hängen die eben dran ich kann diagramme machen alles mögliche wenn du dich interessierst was hängt da überhaupt einfach an an plugins dran bevor du das für einen monat kaufst kannst du natürlich einfach mal auch suchen im web nach plugins chat gpt 4 dann kriegst du das sicherlich eine übersicht genau zurück zu meiner bildschirm präsentation also wir waren bei dieser bezahlversion kommen wir zur datengrundlage chat gpt wurde auf der basis einer riesigen menge von texten trainiert die aus verschiedenen quellen natürlich vorwiegend internet stammen es erkennt nochmal es ist ein sprachmodell es erkennt muster in der sprache und versteht sie und weiß welche wörter kommen folgen aufeinander logischerweise und spuck dir auf diese art und weise antworten aus wichtig es ist aktuell nicht mit dem internet verbunden das wird sich sehr bald wohl ändern es hat einen datenstand september 2021 das heißt wenn du es fragst wann ist die queen gestorben mittlerweile ist es erfindet chat gpt nichts sondern sondern sagt zum zeitpunkt meines wissensstandes bis september 2021 war queen elizabeth noch an leben ich habe keine informationen über eignisse oder entwicklung die nach diesem datum stattgefunden haben okay wichtig aus inhaltlicher sicht ist chat gpt keine basis für eine wissenschaftliche arbeit denn die datenbasis ist es hat nur zugang zu dem was im web verfügbar ist und die daten mit denen es trainiert wurde und das ist natürlich längst nicht alles verfügbares wissen und es liefert auch falsche antworten und das möchte ich dir jetzt gerne kurz zeigen also ich habe eine zweibändige monografie über den barockbaumeister jakob branddauer geschrieben die siehst du da rechts die ist auf papier erschienen vor zwei jahren ich habe mit dieser tausend seiten starken sechs kilo schweren beiden bänden den würdigungspreis für wissenschaft des landes niederösterreich gewonnen chat gpt kennt das nicht man könnte jetzt vermuten dass er vielleicht trotzdem weiß wann wurde denn der baumeister jakob branddauer geboren diese frage habe ich ihm gestellt die antwort müsste lauten das ist mein wissen jakob branddauer wurde am 16 juli 1660 oder kurz davor geboren und er war der lehrer von josef mungenast ok was ist die antwort die chat gpt gibt er macht aus josef mungenast und branddauer eine person also josef mungenast edler von branddauer die person gibt es überhaupt nicht ein österreichischer baumeister und architekt wurde am 22 juni 1660 geboren also wie gesagt branddauer ist am 16 juli 1660 oder kurz davor geboren und ist der lehrer von josef mungenast josef mungenast also chat gpt erfindet inhalte und stellt erst fakten dar denn hier steht nicht ich bin mir ja nicht sicher wer das eigentlich war und wann der geboren ist sondern es haut das wissen einfach raus und chat gpt erfindet auch belege also wenn man möchte liefert chat gpt auch macht belege dazu sagt liefer mir belege aber die sind auch weitgehend erfunden das heißt wir kommen jetzt zu meinem lieblings aussage die ich diesen wunderbaren broschüre der universität mannheim verdanke chat gpt im studium potenziale ausschöpfen integrität waren ihr findet die im web ich werde sie euch verlinken und da steht drinnen chat gpt kann seine antworten bislang nur aus dem textmaterial beziehen welches open ai bereitgestellt hat und jetzt kommt die echte innovation beziehungsweise forschung sitzt also vor dem bildschirm und trägt ihren also deinen namen chat gpt kann lediglich analysieren und neu kombinieren das heißt es ist unfassbar wichtig dass du recherche kompetenz hast oder wenn du sie nicht hast entwickelst jetzt stoppe ich kurz die freigabe weil ich gerne dazu ein paar worte sagen möchte in coachings und schreibgruppen erlebe ich es regelmäßig dass studierende auch in fortgeschrittenen stadium also zum beispiel an einer master arbeit sitzend keine recherche kompetenz haben woran merke ich das dass ich zum einen dass ich frage wie suchst du literatur und dann kommt ja ich google oder ich nutze google scola ähm was natürlich viel zu wenig ist oder ich sehe bekomme eine literaturliste eine erste literatur auswahl und da sind einfach nur ähm internet links drinnen wikipedia und ähm es ist auch klar dass zu dem themengebiet zwangsläufig dinge auch auf papier erscheinen und das wurde nicht zur Kenntnis genommen recherchekompetenz bedeutet dass du mit den bibliothekskatalogen die deine hochschule universität oder fachhochschule ähm dir zur verfügung steht umzugehen weißt und dass du zusätzlich mit zeitschriften datenbanken arbeiten kannst ich werde dir zeitschriften datenbanken wie du den umgang lernst äh unten auch nochmal äh verlinken denn ähm künstliche intelligenz chat gpt schaut überhaupt nicht in zeitschriften datenbanken oder diese bibliothekskataloge rein da hat es tech haben die technisch gar keinen zugang derzeit ähm und du solltest dich äh in deiner arbeit äh zu inhalten nur dann äußern wenn du den literaturstand überblickst und da spielt es keine rolle ob die publikationen online erschienen sind oder auf papier also es ist wenn auf papier dinge erschienen sind ist es absolut unzureichend nur zu sagen ich lese das nur was ich auf papier gelesen habe äh denn stell dir mal vor du ähm schreibst eine masterarbeit und dann fährst du auf eine tagung eine internationale tagung nach was weiß ich düsseldorf und dann sitzt dann die mrs smith aus ähm london und die madame duvier aus paris und ich weiß nicht wer aller äh im publikum du stellst dir eine arbeit vor ähm und diese personen haben zuletzt dinge in entweder in buchform oder aufsatzform deswegen sind zeitschriften datenbanken so wichtig auf papier äh publiziert und du hast es nicht gelesen dann kannst du nicht teilhaben an der wissenschaft und dann bist du einfach wird das ziemlich ungemütlich werden und ähm es ist ein dauerbrenner in coachings dass studierende nicht sattelfest sind in der recherche das heißt recherche kompetenz ist wahnsinnig wichtig und ein kritischer geist ich werde darauf ähm zum schluss vor allem noch mal zu sprechen kommen denn kritikfähigkeit eine fähigkeit verschiedene texte zu lesen meinungen ähm die oft nur in nuancen anders sind auseinander zu dröseln und argumentieren zu können das ist etwas was wissenschaft und forschung auszeichnet und das ist die kompetenz die wir auch wenn wir künstliche intelligenz nutzen einbringen denn da liegen ganz stark die limitationen von künstlicher intelligenz gut ich gehe wieder zu meiner präsentation also recherche kompetenz plus kritikfähigkeit datenschutz seit april 2023 gibt es die möglichkeit chat gpt zu untersagen dass es die daten die wir selber eingeben oder die es uns auch die es generiert also nein die das was wir eingeben zu trainingszwecken zu untersagen das heißt stellen wir uns vor du stellst einen absatz aus deiner masterarbeit ein und bittest es um ein feedback dann kannst du chat gpt vorher sagen dass es diese daten nicht nutzen soll genau hier ist das wir haben die möglichkeit eingeführt den chat verlaufen chat gpt zu deaktivieren wir speichern sie 30 tage lang aber dann werden sie endgültig gelöscht wie kannst du das einstellen du gehst chat gpt unten in die datenschutzeinstellungen kannst unter data controls da den button an die richtige stelle setzen dennoch ganz wichtig bitte stelle keine heiklen daten ein wenn du daten erhoben hast überlege dir gut ob du die einstellst stelle bitte keine personenbezogenen daten ein also du hast ein interview transkribiert und da wird von personen gesprochen und du sagst bitte bessere mir alle tippfehler aus mach das nicht also keine personenbezogenen daten einstellen weder eigene noch fremde keine keine e mails keine e mail adressen natürlich keine bankdaten gehe generell sorgsam mit chat gpt und jeder ki umgehen um ich lade dich ein auch mal die datenschutzregelungen die datenschutzregelung von open ai zu lesen auf der website des unternehmens findest du auch übrigens einen blog chat gpt wo du einfach auch immer neuerungen gut verfolgen kannst okay nun lade ich dich ein einen kurzen prompt zu schreiben also eine kurze chat gpt zu starten schreibe chat gpt wie es dir gerade geht ich bin müde ich bin hungrig ich fühle mich verspannt mein rücken tut mir weh und frage es wie du es jetzt wie du dich jetzt am besten erholen kannst also wenn du diese aufzeichnung siehst stoppe hier ich lade dich ein wenn du chat gpt bis dann noch gar nicht genutzt hast diese kurze übung jetzt zu machen bitte chat gpt um eine möglichst kurze antwort dann wartest du was es ausspuckt sag ihm dann dass das zu kurz ist und du gerne mehr tipps hättest und sag ihm dann in einem dritten prompt dass er dir mit emojis antworten soll kommen wir jetzt zum zweiten teil chat gpt im hochschulkontext also beginnen wir mit der ist situation hier noch mal die umfrage mai juni 2023 ich nutze ki basierte tools für das studium sagen haben 63 prozent der über 6000 befragten studierenden ja gesagt 37 prozent nein welche tools nutzen sie das wurde auch abgefragt da kamen die fünf meisten genutzten tools sind chat gpt deepl dali mit journey und bing ai vielleicht hast du von manchen tools schon gehört ich denke deepl kennen doch viele aber was sind denn das jetzt im detail für tools also deepl ist für übersetzungen dali kann bilder aus texten generieren das heißt du gibst der prompt ist eine beschreibung du sagst dali was es generieren soll und es macht dir das bild dazu mit journey generiert auch bilder kunstbilder und bing ai ist besonders interessant finde ich weil es ist der chatbot von microsoft der mit texten und bildern antwortet und anders als chat gpt mit dem internet verbunden ist es liefert auch links das heißt es kann als suchmaschine genutzt werden und ist insofern chat gpt voraus die studienverantwortlichen haben dann auch gefragt wofür den chat gpt genutzt wird also wofür künstliche intelligenz genutzt wird erklärung von verständnisfragen und erklärung fachspezifischer konzepte recherche und literaturstudium problemlösung und entscheidungsfindung textanalyse verarbeitung und erstellung und übersetzung für literaturstudium jetzt jetzt weiß ich natürlich nicht ja also auf jeden fall kann chat gpt texte zusammenfassen mit deepl kann man wunderbar texte sich übersetzen lassen für recherche also keines dieser tools die ich jetzt hier genannt habe ist sind geeignet für recherche also also das no ja und wo also wo ist es denn eigentlich jetzt fangt es an zum beispiel kritisch zu werden wir kommen darauf auch noch zu sprechen das ist natürlich eigentlich die textverarbeitung die text erstellung ja also wenn chat gpt texte schreibt die dann für eine uni arbeit verwendet werden da wird es kritisch wir werden auch darauf noch zu sprechen kommen gut wie schaut es aus mit chat gpt richtlinien in hochschulen in deutschland der schweiz und österreich da hat es kribber sich die mühe gemacht die einzelnen websites ich weiß ich genau nicht genau wie sie das gemacht haben da ist oben der link nochmal jedenfalls im juli 2023 wurden untersucht 100 hochschulen in deutschland 43 in österreich 23 in der schweiz und da haben also in deutschland und österreich wirklich noch 64 prozent unklare richtlinien 83 7 prozent in österreich unklare richtlinien und falls du jetzt aktuell verunsichert bist dann hat das natürlich damit zu tun das gar nicht klar ist darf ich es verwenden unter welchen voraussetzungen darf ich es verwenden was ist wenn ich es verwende jetzt verwende für meine uni arbeit und in drei monaten ist es verboten ja genau die schweiz ist da innovativ voran denn sie hat es zumindest 52 prozent haben es teilweise erlaubt du siehst aber auch dass es generell nicht erlaubt sehr wenige hochschulen drei prozent in deutschland und 2,3 prozent in österreich okay also die einen haben schon es gibt studieren die haben da künstliche intelligenz schon kräftig die hand gereicht einige vielleicht zählst du dazu und schaust du genau aus diesem grund auch das video an sind so etwas vorsichtig in der berührung mit chat gpt und künstliche intelligenz und auch lehrende sind sehr verunsichert denn es gibt auch lehrende die derzeit die devise sagen finger weg also kein bitte keine künstliche intelligenz wir müssen das verbieten wir müssen das verbieten meiner meinung nach ist verbieten das verbot nicht der weg sondern es braucht viel mehr rahmenbedingungen also denn künstliche intelligenz ist gekommen um zu bleiben es hat keinen sinn das zu verbieten es braucht viel mehr regelungen die hochschulen müssen regeln was unter welchen voraussetzungen erlaubt ist und ich halte es für sehr sinnvoll chat gpt oder künstliche intelligenz in die lehre einzubinden ich selbst habe in diesen zehn jahren in denen ich an der uni wien gearbeitet habe die erfahrung gemacht dass also ich habe vor allem also mit kleinen gruppen also pro seminare gehalten dass es sehr sinnvoll war von den 14 einheiten nicht 14 alle einheiten immer nur zu verwenden um wissen zu vermitteln referate zu machen also wissen inhaltliches wissen stoff gebundenes wissen zu machen sondern die studierenden und die qualität der arbeiten hat sehr profitiert wenn ich einen teil der zeit immer wieder mal abgezwackt wie wir in so österreich sagen habe um zum beispiel schreibkompetenz zu vermitteln was bedeutet einen text zu überarbeiten das wurde sehr dankbar aufgenommen und so könnte es würde ich jetzt an einer uni arbeiten würde ich auch immer wieder mal eine viertel stunde vielleicht chat gpt mal ausprobieren oder mal eine ganze einheit mich mit künstlicher intelligenz und der gruppe beschäftigen und also wenn du jetzt studierst bitte im auge dass nicht nur du möglicherweise überfordert ist sondern auch die lehrenden manche sind sehr fit mit technologien manche sind nicht fit und auch da ist der wissensstand sehr unterschiedlich manche haben ängste manche haben sorgen manche sind skeptisch manche sind sehr proaktiv und das muss sich der ganze lehrkörper oder die lehrkörper der universitäten die müssen sich auch erst mal einigen und letztendlich unter linie reinbringen das heißt deine lehrenden sind jetzt auch alle erst mal lernende genau ja hier nochmal wofür es genutzt wurde wie gesagt wenn es um texterstellung geht da fängt es natürlich durchaus an kritisch zu werden chat gpt in die lehre einbinden und lehrende müssen meiner meinung nach jetzt wirklich klären welche kompetenzen eigentlich vermittelt und daher überprüft werden sollen also welche kompetenzen werden überprüft wenn ein studierender eine wissenschaftliche arbeit schreibt und was davon wird in welcher form eigentlich im vorfeld geübt ich habe in coaching coachings regelmäßig studierende die einen berufsbegleiteten master machen die wir haben in der regel keinen bachelor davor gemacht weil ihnen eben die berufstätigkeit als wie als bachelor ange rechnet wird und oft wird in diesen studiengängen keinerlei wissenschaftliche arbeiten davor geschrieben und dann schreiben sie in kalt statt heraus eine masterarbeit und es wurde die kompetenzen davor wurden überhaupt nicht vermittelt aber werden dann überprüft und wie soll das jetzt gehen wenn künstliche intelligenz noch mal den markt da revoluzidiert oder die sage ich mal die academic writing szene also ich würde mir wünschen dass sich universitäten hinsetzen und einen katalog machen im kontext jetzt vor allem das ist mein bereich das wissenschaftliche arbeit und schreiben und mal sagen okay welche fähigkeiten braucht es um eine wissenschaftliche arbeit zu schreiben wie vermitteln wir das und wie trainieren wir das bevor ein studierender eine bachelor arbeit oder master arbeit schreibt genau und wenn es dir jetzt geht so oh gott oh gott oh gott wie sollte das jetzt überhaupt weitergehen und ich kenne mich nicht aus egal ob studierende oder lehrende oder du dir denkst ich weiß nicht oder dein kopf zu explodieren droht dann raus aus dem alarmismus tief durchatmen entspannen das ist ein prozess die welt ruckelt sich in sachen ki gerade zurecht also einmal einatmen einmal aus arbeiten ist gut auch wenn du jetzt diese powerpoint präsentation siehst dieses video diese aufzeichnung vielleicht magst du dich mal kurz zurück lehnen wenn du es nebenbei zuhörst spüre mal in deine füße hinein bevor es jetzt gleich weiter geht komme zu den einsatzmöglichkeiten wenn ich jetzt über einsatzmöglichkeiten spreche dann bitte auch raus aus dem alarmismus denn es geht mir jetzt darum welche möglichkeiten gibt es nicht es geht mir nicht darum ist das jetzt erlaubt ist das gut oder schlecht darf man das oder nicht sondern einfach nur mal was ist denn grundsätzlich möglich allgemein also chat gpt kannst du texte zusammenfassen lassen du kannst es als austausch partner nutzen um inspirationen zu erhalten und um fragen zu klären das können studierende ebenso wie lehrende die zum beispiel ein konzept entwickeln wollen für eine lehrveranstaltung unterstützung und entscheidungen inputs für lernstrategien und arbeitspläne auch zeitpläne entwicklung von konzepten prüfungsvorbereitung chat gpt ist ein guter sparingspartner übersetzungen und texterstellung und vieles mehr wir kommen zu den einsatzmöglichkeiten für schriftliche arbeiten also so ein schreibprozess läuft da in mehreren phasen ab das ist mir in coachings und schreibgruppen immer ganz wichtig in welcher phase sind wir was ist in welcher phase zu tun also du kannst chat gpt nutzen zur ideenfindung wenn du nur mal grob eine idee hast für ein thema kannst du mal das reinschreiben und sag gib mir themen vorschläge gibt mir titel vorschläge also abstecken des themas in inspirationen für forschungsfragen finden eines titels ganz viele bachelor oder master arbeiten lauten unter besondere berücksichtigung von oder es ist wirklich wahnsinnig verdreht verschraubt lange titel manche studierende glauben auch dass eine forschungsfrage in den titel gehört ein titel hat eigentlich in der regel kein fragezeichen da kann chat gpt helfen und es kann auch gliederungs vorschläge machen oder dir zu einer vorhandenen gliederung ein feedback geben in der schreibphase kann es literatur paraphrasieren es kann dir text feedback geben nochmal achtung achtung datenschutz es kann texte korrigieren es arbeitet recht solide im hinblick auf rechtschreibung grammatik und zeichensetzung es kann aber ich habe zwei extrem gute lektorinnen in meinem team die auf wissenschaftslektorate spezialisiert sind die sind nicht zu toppen auch nicht von chat gpt und es kann auch texte übersetzen wichtig könnte man denken chat gpt ist genial chat gpt ist sowas wie der allgemeinmediziner oder die allgemeinmedizinerin wie der hausarzt die hausärztin tatsächlich gibt es für einzelne aufgaben spezial tools das wissen die wenigsten viele dieser tools sind noch nicht ausgereift aber sie sind in entwicklung und viele es gibt sie schon ich werde darauf zu sprechen kommen wichtig 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 also chat gpt bedeutet nicht dass du damit weniger arbeit hast dass du damit schneller bist oder ein besseres ergebnis erzielst dann wichtig ist passende prompt zu formulieren meiner meinung nach könnte man das tatsächlich in lehrveranstaltungen üben und ins gespräch kommen und es ist eine übungssache noch mal wir sind alle lernen lernen lernende du als studierende die unis und ich auch wichtig gehen wir zu den proms warum also bei den proms ist es ganz ganz wichtig dass du chat gpt oder jeder ki sagt worum geht es also je kürzer deine eingabe ist und je unpräziser desto schlechter sind die ergebnisse und desto allgemeiner die ergebnisse das heißt worum geht es was genau brauchst du nachhaken wenn das ergebnis nicht passt ich sehe gerade da fehlt ein s in meiner powerpoint präsentation bei passt und in welcher Rolle soll chat gpt agieren das ist überhaupt ein ganz wichtiger hebel also du könntest chat gpt sagen agiere bitte als mein schreibcoach verstehe dich an einer rolle die auch meine betreuerin oder betreuer meiner masterarbeit hat ja oder sei mein lektor sei mein motivationstrainer oder motivationstrainerin dieser hinweis auf die rolle auf die rolle verbessert die ergebnisse rasant ja jetzt bitte ich dich eine übung zu machen und wenn du sie übung machst stoppe die video präsentation und probiere mal aus bitte chat gpt eine gliederung für eine master arbeit zu deinem hobby zu erstellen teile ihm mit warum es schwerpunktmäßig gehen soll und definiere seine rolle probiere das bitte aus und dann gibt chat gpt danach eine weitere anweisung also einem prompt in dem du ihm sagst dass es dir einen vorschlag machen soll wie lang die einzelnen kapitel sein sollen seiten umfang pro kapitel das ist etwas was ich wirklich allen 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 studierenden empfehle und ich würde es auch allen lehrenden empfehlen die wenn sie ein exposé ein fordern was eigentlich ein muss ist es ist nach wie vor so dass lehrende immer noch nicht alle ein exposé ein fordern aber ein exposé zu beginn einer uni arbeit ist ein muss und zwar ein exposé mit einer gliederung einer arbeit und daneben neben den haupt kapiteln sollte immer stehen wie lang welches kapitel ist genau probiere das bitte mit deinem hobby damit läufst du nicht gefahren jetzt einen text von dir da etwas zu generieren was vielleicht eine uni noch gar nicht erlaubt und es geht ja hier mal darum das etwas spielerisch auszuprobieren weitere übungen suche die einen zeitungsartikel aus dem web kopiere in chat gpt und bitte chat gpt um eine zusammenfassung das heißt wir nutzen es jetzt mal als sag ich mal zeitersparnis tool ja gibt chat gpt eine weitere anweisung bitte die ki um eine zusammenfassung in drei sätzen bitte sie um eine kritische stellungnahme zu dem artikel wenn du magst definiere auch da wiederum die rolle ja erkennen von texten die mit chat gpt geschrieben wurden ist das möglich oder nicht ja es ist möglich und zwar kann turn it in eine gängige plagiatsprüfungssoftware die universitäten und fachhochschulen nutzen ähm ähm KI generierte texte entdecken im augenblick mein stand ist ähm august 2023 geht das nur bei englischsprachigen texten es gibt aber auch tools wie x rightful com gpt detektor das gibt wahrscheinlich noch mehr tools ja das rightful glaube ich ähm ist im augenblick auch nur für englisch texte kann es KI generierte texte entdecken jetzt was tun wenn man denn solche texte wenn die uni zum beispiel entdeckt dass du KI generierte texte da drinnen hast wie kann man denn das jetzt nachweisen ist das ein plagiat was ist mit der urheberschaft das ist im augenblick völlig völlig unklar und ich beneide die hochschulen nicht die diese dinge jetzt klären müssen und das sind natürlich im hohen maße auch die rechtsabteilungen gefragt und natürlich auch die entwickler von solchen tools wie turn it in ja das ist jetzt ein punkt der liegt mir sehr 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 am herzen ähm kann man mit chat gpt schreibblockaden auslösen also viele 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 studierende kämpfen mit schreibblockaden mit kleineren und größeren ähm das kann sein dass sie tagelang nicht vorankommen wochenlang ich kenne aber auch studierende die mit ihrer arbeit jahre viele jahre ähm immer wieder schreiben nichts machen oder gar nichts machen wirklich jahrelang nichts machen und jetzt ist die frage kann man mit chat gpt in die schreibblockade rasseln wie und warum stoppe mal kurz die freigabe ja das kann man das und dieser punkt in diesem vortrag liegt mir sehr 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 am herzen als coach für wissenschaftliches arbeiten und schreiben denn ich sehe eine große herausforderung der vor der nahezu alle studierende stehen ist wie gebe ich gelesenes wissen in eigenen worten wieder viele studierende tendieren dazu das wissen dass sie auf papier oder von alles auch online haben in den pc hinein kopieren und dann schreiben sie um das ist der direkte weg in die plagiatsfalle ja denn wissenschaftliches arbeiten und schreiben hat niemals etwas mit umschreiben zu tun wissenschaftliches arbeiten und schreiben bedeutet das dass du liest viele bücher zettel vor dir am pc hast es geht in den kopf in deinen klugen klugen kopf die ki sitzt eigentlich die eigentliche intelligenz sitzt vor dem pc du vertaust es und gibt dieses fremde wissen in deinen worten wieder das heißt etwas was ich in schreibgruppen regelmäßig übe ist dieses abstand zu bekommen also auf keinen fall vom vom original text in den pc das wandern zu lassen ja sondern abstand zu gewinnen von den texten und dann der eigenen schreibstimme raum zu geben damit es auf papier fließt wenn nun studierende genau wahnsinnige schwierigkeiten haben sich vor dem original text zu lösen wird das dazu führen dass sie passagen aus einem text rausnehmen in chat gpt rein spielen dann sich das holen und in ihre arbeit rein stöpseln also chat gpt als paraphrasierungstool nutzen ich habe das getestet manches was da herausgekommen ist war definitiv ein plagiat chat gpt war viel zu nah am gesamten wortwahl des originaltextes und satzbau nicht nur wortwahl es geht ja um ganze satzketten dran das heißt da sehe ich eine große gefahr dass man erstens in die plagiatsfalle erst mal tappt und das zweite ist diese vorstellung ich stöpsel mir jetzt meine ganze arbeit zusammen indem ich immer originaltexte einfüttere paraphrasiere und das dann so eine arbeit zusammenstöpsel so funktioniert wissenschaftliches arbeiten und schreiben nicht der ganze denkprozess fehlt der aktive auseinandersetzungs prozess und dieses stöpsel 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 ist ein weg um nicht nur im kopf wahrscheinlich verrückt zu werden sondern auch wirklich in die blockade auch in eine komplette überforderung ich bin gespannt wie sich das in den nächsten ja vielleicht schon bis weihnachten und entwickelt welche rückmeldungen ich auch in coachings bekomme also chat gpt ist toll und das kann dich ins absolute aus werfen ja so ich gehe zu meiner powerpoint zurück also ran an den prellbock ja kommen wir zu den zukunftsperspektiven der punkt liegt mir sehr 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 am herzen also wichtig künstliche intelligenz ist gekommen und um zu bleiben wir kochen unser essen auch nicht mehr am feuer sondern am herd das heißt keinen es ist nicht sinnvoll es zu verbieten in welche richtung wird es gehen oder geht es ja jetzt schon zu einer also zusammenführung von programmen zu multifunktionalen tools also dass sich ki automatisch in word einspielt und mit word zusammenarbeitet dann nutzung von spezialisierten tools also chat gpt wie gesagt ist der allgemein mediziner aber zum beispiel würde man ja eben jetzt chat gpt nicht texte übersetzen lassen sondern ich zumindest würde dafür dipel nutzen es wäre zum beispiel ein hinweis auf ein spezialisiertes tool ich würde sogar so weit gehen dass der trend zu hoch spezialisierten tools geht und zwar tools auch für akademisches schreiben in verschiedenen arbeitsphasen für verschiedene arbeitsphasen verschiedene tools gehen wir noch mal zurück zu wer war jakob branddauer also jetzt nicht das geburtsdatum sondern wer war das hier kommt eine antwort geburtsdatum ist jetzt falsches jahr jakob branddauer 1658 eigentlich 1660 war ein österreichischer baumeister und architekt ist barock es gilt er gilt als einer der bedeutendsten vertreter der barock architektur in österreich okay jetzt bitte ich wer jakob branddauer bitte erkläre das ganz kurz und setze belege dann schlägt er hier belege vor zu nicht existierenden publikationen und sagt aber in diesem fall die belege sind fiktiv nicht immer ist jet gpt so transparent und sagt uns dass das fiktiv ist ich wurde von meinem sag ich mal studierenden umfeld die studierenden die auch in schreibgruppen dabei sind von einer teilnehmerin aufmerksam gemacht netterweise auf perplexity das mit dem internet verbunden ist und hier habe ich kann ich sagen wer war jakob branddauer und da kommt eine antwort übrigens auch schon richtig hier steht 1660 geboren und es liefert belege na das sind natürlich jetzt keine belege die in einer wissenschaftlichen arbeit akzeptabel wären enzyklopädie enzyklopädie britannica wikipedia great buildings was weiß ich aber mir geht es ja nur darum in welche richtung geht die entwicklung das heißt die entwicklung geht dahin dass texte ausgeworfen werden von ki mit belegen hier sind sie in fußnoten form aber das ganze geht natürlich auch in form von klammer belegen also soweit die richtung spezialisierte tools hier nochmal meine monografie die ki jetzt nicht kennt dann gibt es zum beispiel typeset io die fast umfangreiche pdfs könnt ihr hochladen und sie fassen sie zusammen dann gibt es size space was meiner meinung nach viel zu hoch gejubelt wird im augenblick denn hier habe ich auch oben gefragt who was jakob randau dann jakob randau wird in keinen der bereitgestellten zusammenfassungen erwähnt also hier seht ihr dann auch rechts in insights keine informationen keine informationen das liegt aber jetzt hier auch daran dass das im bereich der geisteswissenschaften ist viele dieser tools die in entwicklung sind sind im bereich der naturwissenschaften deutlich potenter was auch daran liegt dass hier mehr online viel viel mehr bis nahezu ausschließlich online publiziert wird dann gibt es zum beispiel spezial tool elicit elicit ja genau das findet literatur zu text passagen das wird natürlich auch kritisch im kontext des wissenschaftlichen arbeiten und schreiben sie schreibe einen text und es findet mir dann die literatur dazu ja wer entdeckt das wer findet das ich habe im rahmen meiner lehrtätigkeit nur hausarbeiten vergeben zu denen ich fachlich kompetent war ich hätte es sofort erkannt wenn da literatur gefakt worden wäre selbst wenn sie existiert hätte ich erkannt ob sie richtig ist oder nicht weil ich eingelesen war aber ja also das ist durchaus problematisch jedenfalls es ist viel in bewegung und wie kann denn das jetzt weitergehen also die zahl der ki tools explodiert viele tools sind noch nicht ausgereift bei den recherche tools ist meiner mein nach ein großer cut zwischen naturwissenschaften und zum beispiel geisteswissenschaften und wenn du studierst kläre für dich ob du chat gpt oder andere ki was auch immer im kontext des studiums nutzen möchtest es ist überhaupt kein muss kannst eine uni arbeit nach wie vor auch ohne ki schreiben kläre inwiefern es das richtige tool ist also schau doch mal ob es für das was du da gerade machen möchtest nicht ein besseres tool gibt wichtig die verantwortung für die ergebnisse liegt bei dir das heißt wenn du uns unsinn abgibst am ende ist das immer deine verantwortung das heißt die der denkende mensch ist gefragt frage ob du chat gpt oder ki nutzen darfst wenn der einsatz von chat gpt erlaubt ist kläre bitte bitte ab unter welchen bedingungen du es nutzen kannst denn vielleicht musst du es zitieren vielleicht musst du auch den chat verlauf dokumentieren und frage auch ab wenn du jetzt eine masterarbeit gerade startest und die gibst du ihnen was weiß ich sechs monaten ab wie du damit umgehen kannst wenn sich die voraussetzungen die regelungen ändern ja das heißt genau prüfen was leistet welches tool das ist genauso wie bei den bibliotheks katalogen ich erlebe es immer wieder dass studierende bibliotheks kataloge wie wild befüttern ohne sich vorher mit dem tool einmal vertraut zu machen also auch wenn ich eine zeitschrift und datenbank nutzen muss ich zuerst mal wissen funktioniert die auf englisch oder auf deutsch wie kann ich komplexere suchanfragen stellen was sind die keywords wie sind publikationen da drinnen verschlagwortet all das und nicht einfach beballern mit informationen dann welches tool formuliere setze ich in welcher phase ein und wie formuliere ich prompt also es wird so etwas brauchen wie eine eine prompt texte fähigkeit also kluge prompt zu schreiben ist etwas sehr sehr wertvolles dann ich frage mich ob so etwas wie vermittlung von tool kompetenz eine aufgabe der hochschulen sein könnte bis zu einem gewissen grad würde ich sagen ja und sollte es nicht einen freien zugang zu wichtigen kostenpflichtigen tools über die hochschulen geben im sinne der chancengerechtigkeit und ja und da ist dann natürlich sind die hochschulen besonders gefragt im hinblick auf die datenschutzkonformität also in europa europa gilt die oder zumindest im deutschen sprachraum die dsgv o und jet gpt ist nicht dsgv o konform so viel ich weiß genau nichtsdestotrotz also verbote sind nicht sinnvoll es braucht regelungen hochschulen müssen regeln was unter welchen voraussetzungen denn erlaubt ist das heißt wie ist der einsatz von ki zu kennzeichnen und eine eine ganz wichtige frage urheberschaft an ki generierten texten denn genau genommen kann eine von jet gpt also von einer maschine generierter text gibt es keine urheberschaft und das ist jetzt schon thema von juristischen kontroversen und da werden natürlich die hochschulen die rechtsabteilungen sehr gefragt sein es wird eine es braucht meiner meinung nach neue formen wie geprüft und bewertet wird und es geht sehr stark um das prüfen von kompetenzen also zum beispiel ja ich habe jeder beispiel es geht um übersetzungen ja also wenn jetzt jemand ich weiß nicht anglistig studiert oder klassische philologie ja und er oder sie lernt dort einfach wie zum beispiel übersetze ich aus dem englischen ins deutsche klar kann ich das ki machen lassen aber bei der prüfung muss ich halt dann selber können also welche um welche kompetenz geht es und dann brauche ich auch als lehrende ich habe so ein e mail im vorfeld bekommen hatte jemand angst meine studierenden die werden das nicht mehr lernen doch sie können dann mit künstlicher intelligenz trainieren aber wichtig ist dass dann abgeprüft wird ohne zugang zu künstlicher intelligenz und dass man es dann selber eben kann auch bei hausarbeiten ist bei hausarbeiten naja das wird ein bisschen schwierig aber weil ich allein schon aufgrund der zahl der hausarbeiten geschrieben wir haben aber bei einer masterarbeit bei einer abschlussprüfung kann man sich sehr gut über die zitierte literatur die überarbeit über die argumentation etc in einem mündlichen gespräch austauschen für lehrende ich werde ja dann noch die wichtigen links unten dazu packen kann ich die website hochschulforum digitalisierung de empfehlen und da ist ein artikel chat gpt eine chance zur wiederbelebung des kritischen denkens in der hochschullehrer ja absolut in meinen augen werden aktuell viel zu große themen vergeben wo man viel zu wenig in die tiefe und kritisch denken kann wissenschaftliches arbeiten und schreiben sind ja verschiedene kompetenzen planungskompetenz projektmanagement viele studierende haben kein projektmanagement wissen das heißt was bedeutet es ein projekt aufzusetzen welche rolle spielt das exposé was muss ich schon alles können damit ich ein exposé schreibe oder gemacht haben also es gibt studierende die denken sie können ein exposé schreiben ohne literaturrecherche gemacht zu haben was bedeutet es einen forschungsstand eigentlich zu schreiben einen forschungsstand zu überblicken ja wie setze ich so ein projekt auf wie schnüre ich arbeitspakete wie mache ich zeitpläne all diese dinge gehört als kompetenz eigentlich in diesen arbeitsprozess hinein recherchekompetenz dann auswertungskompetenz wie lese ich literatur wie wie destilliere ich einzelne meinungen heraus dann fähigkeit zur fokussierung und kontextualisierung schreibt kompetenz bedeutet dass man formulieren und überarbeiten kann die frage die ich da den hochschulen eben stelle was davon wird wie und wie intensiv bislang gelehrt vieles wird nicht gelehrt oder nur so en passant gelehrt also in erster linie werden inhalte gelehrt also das fach das fach spezifische wissen aber es wird sehr wenig auf das handwerk vermittelt ja ich würde mir wünschen dass weniger überblicks arbeiten vergeben werden überblicksthemen also im coaching habe ich regelmäßig themen die viel 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 zu groß sind also entweder überlegen sich studierende so große themen und unidozenten dozentinnen oder fh lehren fh lehrende segnen diese themen ab oder sie schlagen sogar große themen vor als es braucht viel kleinere themen ganz 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 kleine themen wo man wirklich in die tiefe gehen kann und den forschungsstand überblicken kann also viel 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 mehr tiefe es braucht eine eigene auseinandersetzung mit wissen es braucht die fähigkeit texte analysieren zu können und zwar unter der voraussetzung eines kritischen zuganges stimmt das überhaupt was da steht was sagt da was sagt da b was sagt da c was sagt da d wo sind da widersprüche wo sind gemeinsamkeiten sowas herauszuarbeiten es geht um abwägen bewerten und kontextualisieren und es geht darum position vor dem hintergrund der literatur zu beziehen also regelmäßig arbeite ich mit studierenden die sich fragen kann ich denn einfach meine meinung sagen und wie 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 äußere ich im wissenschaftlichen kontext meine meinung auch sowas gehört in lehrveranstaltungen geübt ich selber würde mir wünschen dass über die künstliche intelligenz den groß weiter innen endlich das handwerk gelegt wird also hier zu aus diversen foren die erfahrungen mit schreiberlein waren meinerseits auch positiv insgesamt zwei kleinere hausarbeiten bachelorarbeit will ich jetzt aber selber machen wie schön hey leute hat jemand erfahrungen mit wieder schreiberlein org oder anderen groß weiter agenturen gemacht ich suche einen groß weiter für meine seminar arbeit da ich mich um einen kranken vater kümmern muss und die mich die pflege voll auslastet hin und wieder verirren sich auch bei mir in der schreibwerkstatt anfragen zum thema großschweiting manchmal sind es auch eltern das kind ist hat depression es geht ihm nicht gut und es muss aber unbedingt fertig werden nein das der zweck heiligt nicht die mittel und ich glaube dass viele lehrende gar nicht am radar haben was für ein blühendes gewerbe das ist dass da schon ja jahre jahrzehnte immer schon parallel läuft ja was bedeutet denn jetzt künstliche intelligenz für die schreibwerkstatt ich habe einen blog in dem über 300 artikel zum wissenschaftlichen arbeiten und schreiben drinnen sind der blog ist gut geordnet ich lade dich ein dich immer in ruhe vor die seite zu setzen und die blog übersichtsseiten die blog übersichtsseite wissenschaftliches arbeiten und schreiben zu nutzen auch das suchformular auf der webseite oben gibt es ein suchformular das dir den blog erschließt ich nutze chat gpt nicht zum texten ich nutze es um die ideen zu generieren die texte die es mir ausspuckt sind so sie sind nicht sie sind einfach nicht von mir ich könnte sie niemals würde ich sie verwenden sie sind irgendwie hohl und blechern ich habe eine aktion auf meiner webseite die die heißt frag huberta du findest das formular unter kontakt frag huberta und da kannst du mir eine frage zu deiner uni arbeit stellen also wenn chat gpt dir keine gute antwort ausspuckt kannst du sie hier stellen und ich beantworte diese fragen nach und nach entweder auf meinem youtube kanal oder eben in meinem blog und verschicke das dann über meinem newsletter in workshops workshops und schreibgruppen wird künstliche intelligenz natürlich jetzt auch eine rolle spielen dass wir uns kritisch dass und damit auseinandersetzen aber immerhin hörend was denn eigentlich die hochschulen dazu sagen das ergibt den den rahmen auch in coaching coaching coachings in meinem coaching ich biete coachings für studierende an auf allen qualifikations levels von der ersten hausarbeit bis zur promotion wird es relevant sein aber auch da werden wir es immer nur nutzen ich werde immer fragen was sagt eine hochschule kannst du es nutzen können wir es nutzen aber dann kann es auch sinnvoll sein es da oder dort einzusetzen also zum beispiel wenn es um das präzisere formulieren von forschungsfragen oder titeln gehen ja und ich habe meinem team zwei exzellente lektorinnen die auf wissenschaftslektorat spezialisiert sind nutzen wir ki ja wir nutzen ki oft zum also eigentlich nur ganz wenn das lektorat fertig ist nutzen nutzen wir nochmal rechtschreibprogramme und lassen es nochmal drüber laufen um zu sehen ob wir alles gefunden haben und das tool nutzt da zeigt dann manchmal dinge als falsch an obwohl es richtig war aber das ist unser letzter check ansonsten ist es der mensch der bei uns lektoriert ja wenn du jetzt die erschlagen fühlst oder denkst du also auch da wieder relax relax ein schritt nach dem anderen wichtig ki ist nur ein hilfsmittel wir alle müssen lernen damit umzugehen damit richtig umzugehen und innerhalb des vorgegebenen rahmens soweit es eben das akademische arbeiten und schreiben betrifft einzusetzen und ich finde nochmal so schön dieses zitat aus der broschüre der uni mannheim wie gesagt ich verlinke das die echte innovation beziehungsweise forschung sitzt vor dem pc hier falls du lehrende bist nochmal mein appell oder habe ich noch gar nicht gesagt studierenden einblick zu geben was es bedeutet zu forschen in deine eigene arbeit einblick zu geben wie gehst du vor wie formulierst du forschungs fragen wie kommst du zu einem aufsatzprojekt wie kommst du zu einem buchprojekt hast du auch mal schreibblockaden wie recherchierst du also studierende zwischen lehre und forschung ist ein großer cut und es gilt auch da studieren viel mehr mal einzubinden und ihnen immer wieder mal zu erzählen wie lehrende arbeiten das macht uns auch alle ein bisschen menschlicher ich habe das in meinen lehrveranstaltung gemacht und es ist immer mit großem interesse und großem nutzen eigentlich auch auf genommen worden ja hier quellen und nützliche links die ich zur vorbereitung genutzt habe sind zwei die ich besonders herausstreichen möchte das ist die kommentierte links sammlung des hochschulforums digitalisierung und die kommentierte links sammlung der tue und die berlin und ein vortrag von christian spannagel mathematikprofessor über künstliche intelligenz in der hochschullehre auf youtube vom 16.06.2023 ich werde das alles verlinken ja wenn du jetzt neugierig neugierig geworden bist auf chat gpt probiere es aus wenn du jetzt über die übungen die ich dir gezeigt habe so drüber gesaust bist vielleicht wirst du noch mal zurück spulen und sie machen und dann wieder relax abschließend noch der hinweis dass ich zwei newsletter habe ich habe einen allgemeinen da geht es um journaling bloggen und diese dinge das ist der pinkfarbene und es gibt einen spezialen newsletter zum wissenschaftlichen arbeiten und schreiben wenn du dich in den einträgst bekommst du dann auch mal kostenloses ebooks mit schreibtipps für deine uni arbeit du trägst dich ein und dann bekommst du das pdf zugeschickt und hast da sehr handfeste gut umsetzbare tipps zum thema abstrakt vorwort einleitung und zusammenfassen ja das war mein workshop mein vortrag von zum wissenschaftliche arbeiten und schreiben mit chat gpt ein kritischer einblick mit ein paar übungen und ich freue mich dass ich das jetzt ein zweites mal aufgenommen habe mit einem etwas höheren tempo und wir haben natürlich jetzt ich war nicht mit dir im austausch aber wenn du lust hast du kannst unter youtube kommentieren du kannst in meine facebook gruppe zum wissenschaftlichen arbeiten schreiben kommen oder du schickst mir einfach ein e mail vielen dank fürs zuschauen